Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 mit Hearts of Stone. Wir haben zwei Wünsche erfüllt. Wir müssen noch einen erfüllen und das... Ja, ob das schwer wird? Ich meine, wir haben immer auch den toten Bruder zurückgeholt. Wir müssen oder wir sollen die lila Rose, die Olgierd einst seiner Maid geschenkt hat, ihm zurückbringen. Mittlerweile dürfte die wohl verwelkt sein, aber das ist uns ja total wurscht, ne? Ich denke, wir machen das einfach trotzdem. Ist ja scheißegal. Es gibt aber bestimmt den ein oder anderen Kniff, den man da anwenden kann. Ich vermute, dass uns Odin da helfen wird. Boah, Plötze. Immer zweimal rufen, was ist denn los mit dir? Wir müssen aber zum Ohrenarzt, ne? Zum Ohrenmedikus. Das geht ja gar nicht. Nicht so schnell, Plötze. So. Ach, Plötzi. Plötzi-Pru. Was ist denn los mit dir, Plötzi-Pru? So, ne Runde reiten. 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 Das macht so viel Spaß. Mal wieder ein bisschen durch die Gegend hier schlendern mit Plötze. Ah, das fand ich schon cool. Ähm. Wie viel einfach... Ich muss aber da dran. Schnauze, Plötze, mach weiter. Wie viel es hier einfach gab, was man hier alles sehen konnte, das war schon mega nice gemacht. Also, viele verschiedene Settings, sag ich mal, Örtlichkeiten. Sehr abwechslungsreiche Welt. Und super gestaltet einfach. Es war wirklich... Es ist immer noch ein super gutes Spiel. Was? Ich hör nix. Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Oh, äh, Glöter, hast du mich ersch... Nicht so laut, hab ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder, hm, Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Militäne, was mach ich hier bloß? Gute Frage. Gute Frage. Was machst du hier? Also, Kendrick und ich, wir dachten, das Haus steht seit Jahren leer. Es ist doch schade um all die schönen Sachen. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte... Schämberei. Ich hab Wache gestern. Auch nicht besser. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, Baba. Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh. Da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Auch gut. Schickes Anwesen. Wirklich. Okay. Na, dann nur noch mal ein bisschen... Hier soll ich bei dem Nebel eine Rose finden. Frischer Dumm. Ach. Geralt. Wir machen das schon. Glaub mal ein bisschen an dich hier. Was soll das? Das Wasser ist eisig. Wie ein Bergfluss. Ja, nun gut. Achso, das war noch nicht alles. Ah, hier ist noch eine Bank. Ich hab genutzt. Viel benutzt. Frage mich, von wem? Von dem, der hier gewohnt hat? Mal. Vor Ionen. Ich bin mir nicht sicher. So. Dich so, das sind wir von Everec. Bla, 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 bla. Lücken nach dem Kommen. Okay. Ich denke, das können wir dann immer noch machen. Ohne Problems. Also, wenn wir erstmal hier ein bisschen gucken, ob wir da Dröschen finden. Ähm. Was ist das denn? Ja, ist interessant. Wollen wir mal wissen? Ja, gut. Ich möchte mal fast vermuten, das war auch ein Einzelstück, oder? So viele wird es davon nicht geben. Guck mal, wie sieht es aus? Vielleicht irgendwo hinten. Untersuche den hinteren Garten. Okay. Ich... Ah, ob es hier überhaupt Lila Rosen gibt? Ich glaube nämlich eher nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das echt so ein Einzelstück ist. Wissen wir nicht. Oh, eine schwarze Katze. Keine normale, zumindest. Müsste Gerard nicht merken, dass das keine normale Katze ist? Kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Ähm. Schwarzer Hund ist auch noch hier. Ja, wunderbar. Läuft. Stimmt, den sollen wir auch noch finden. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Hm. Vielleicht der andere Komplize. Gräber, ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey. Hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Verdammt. Was zur Hölle... ist das? Okay, ich merke, das bringt gegen den nicht so viel. Ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Mensch? Oh shit, oh shit, oh shit. What the fuck, Junge? Ich habe auch leider nicht meditiert. Das war ein bisschen dumm. Na, da weiche ich doch mal lieber aus. Oh, jetzt war dumm. Oh, nö. Ach, du heilige. Okay. Oh man, der trifft mich die ganze Zeit, der Sack. Okay, Feuer scheint ihm irgendwie nicht gerade so viel auszumachen. Der kann sich auch irgendwie heilen. Das finde ich irgendwie geil. Okay, weg. Okay, ich glaube, wenn er mich trifft, dann heilt er sich. Shit. Außer natürlich, er macht mir keinen Schaden. Vermute ich jetzt einfach. Hat natürlich keine Ahnung. Ich bin gerade dagegen, soll ich mal das andere benutzen? Das andere Schwert. Weiß ich mich nicht genau, was das für ein Ding ist. Ist das ein Monster oder ist das... Achso, wir haben schon das Schwert für Monsterns. Ein Pedal. Gut gehabt. Oh, fuck. Ich weiß, hätte ich auch so ausweichen können, was zu machen. Vielleicht soll ich dann mal eher, ähm... Shit. Mein Leben wird auf dem... Nö. Hör mal auf damit. Hier wird nicht geheilt. Ich glaube, ich spinne wohl. Hör mal auf dich zu heilen, du. Das will ich nicht sehen. Oh, shit. Hm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Warte. Was haben wir denn hier? Hä? Hat er mir noch nicht zugeschlagen? Aber gut, er macht den Kopf nicht zu schaden. Er kann... Er kann zeigen. Äh, Geralt, schlagen. Nicht vergessen. Au. Das kann doch noch rennen, oder wat? Scheiße, immer... Wenn er mich trifft, zeigt er sich. Wie ich mir schon gedacht hatte. Oh, fuck. Ausweichen, Geralt. Warum... Warum... Warum machst du es nicht? Ich will ganz geschmeidig ausweichen, oder auch nicht. Geralt kann auch einfach stehen werden. Das ist auch eigentlich kein Problem. Ist ja auch egal. Nein. Nein, 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 nein. Du willst dich doch nicht wieder heilen, oder? Nein. Ich hoffe, dir ist klar, dass dir das nicht gefällt. I'm not in news about this. So, deswegen stirb. Was macht der da? Ah, sterben. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob er stirbt. Sehr extravagant. Der gute... Pedel. Pedel. Die Katze wird's uns verraten. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein. Wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedel genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedel sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Sicher? Ich kenne mich gut aus in der Welt. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgert von Everec? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everec da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgert Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Hm. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Okay. Hund und Katze? Okay. Mein Haus. Ist ja gut. Kann ja auch sein, es bleiben. Ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich brauche ja keins. Bin ja eh immer on the way. Gut, hier komme ich anscheinend nicht durch. Da irgendwas so Rotes, oder? Hm. Oder auch nicht. Achso. Ja gut, hier kommen wir wieder raus aus Klärchen. Ähm. Moment, hier war rot gerade. Ich hab's doch gerade ganz kurz rot aufblitzen sehen. Hm. Okay. Kann man hier irgendwie hoch? Komm ich hier hoch vielleicht? Ha. Hier komme ich auch nicht durch. Alles klar. Ja. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ich fürchte, das bringt mir nur nichts. Na gut, dann würde ich mal versuchen. Vielleicht können wir ja auch irgendwas abfackeln oder so. Achso, das war die Tür. Aber ich glaube, hier ging es nicht weiter. Hier war nichts, ne? Nö. Meine Hexer-Sinne hätten es mir doch gesagt. Oh. Hier geht's weiter. Hab ich nicht gesehen. Böse Hexer-Sinne. Ich muss vorsichtig sein. Saxe-Lady. Ja, Gehre halt. Wir sind immer vorsichtig. Ja, das ist kein Problem. Virus. Skizzenbuch? Ich glaube, das mochte sie nicht. Naja, ist mir egal. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier bekommen? Schönes Skizzenbüchlein. Ist das hier? Wo ist das? Ne, 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 ne. Äh, hier. Äh. Mhm. Was ist denn das Skizzenbuch? Ach, hier. Ach, können wir uns das nicht mal angucken? Das ist doch schade. Ich dachte, so ein paar Bildchen gucken. Aber wohl nicht. Na gut. Was ist denn hier in der Kiste drin? Upsa. Ein Schwert habe ich ja schon gesehen. Boah, Gehre halt. Bist du behindert? Ophirischer Kildisch. Oh, das... Nein, das wollte ich nicht. Wollt das? Boah, gut. Nehmen wir mal mit. Einfach mal nur gucken, was das ist für einen Scheiß. Ob der besser ist als der, den ich habe. 75 Ausdauer. Nö. Ist nicht besser. Nein. Ich wollte ihn fallen lassen. Äh. Äh. Ja. So. Alles klar. Verschwinde. Nö. Tut mir leid. Kann ich nicht. Außerdem macht er seinem Hexer doch keine Angst. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Interessant. Irgendwas will mich wohl nicht hier haben. Brandschaden. Interessant. Ich würde vermuten, dass die nicht mehr lebt. Einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich darauf komme. Und da hinten haben wir noch Kisten. Oh, das ist jetzt eigentlich nicht so spannend, aber... Äh. Nehmen wir einfach mal mit, ne? Man weiß ja nie, wofür es gut sein könnte, zu verkaufen zum Beispiel. Oder wenn man mal abends und ist, äh, und kalt... Ich würde auch was bringen. Ist verschlossen. Krieg ich auch nicht auf. Schade. Ich weiß nicht, ob es gedacht ist, dass man hier jetzt lang geht, aber... Ist mir egal. Wir machen es trotzdem. Okay, alle Türen sind verschlossen. Mach ich doch irgendwie, oder nicht? Oh. Naja, das wollte ich so nicht. Also ich bin gerade hart am Suchen, wie man merkt, aber irgendwie... Ich bin ja auch im Obergeschoss, ne? Also rein theoretisch, hier müsste es ja wohl sein, irgendwo. Aber... Ich kriege die ganzen Dinge hier nicht auf, oder gibt es noch ein weiteres... Geschoss. Na gut, gehen wir mal kurz hier rein. Ah, hier geht es auch noch hoch. Oh, licht aus hier. Warum ist der rot? Gut, kann man natürlich auch mal machen, müssen die Stühle zur Seite räumen. Ist ja auch nicht unwichtig. Oh, da oben komme ich nicht weiter. Verdammt. Da kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Und tja, was wir noch so erleben in dem Haus, wir erfahren es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Haut rein. Dann... Vielen Dank.